Mitte der 50er Jahre ist die Firma Siemens auf uns zugekommen und hat bei uns Mikrofonständer bauen lassen. Wir haben dann im Monat 200 Mikrofonstative gemacht, die in der Form ähnlich aussahen, aber da wurden die Füße hier eingeschraubt. Das war ein großer Sockel und die Füße wurden hier eingeschraubt. Und wir Lehrlinge, wir waren dann schon mit beschäftigt, diese 200 Sockel, 600 Gewinde, die mussten wir mit Hand anfertigen. Und zwar mit Gewindebohrer, eins, zwei, drei. Wir waren da eigentlich ganz gut beschäftigt dann damit. Immer den da gemacht, zack, zack. Und so liegt mir eigentlich, ist mir das Mikrofonstativ direkt in den Arm gelegt worden, in den Körper gelegt worden dann da. 1966 dann haben wir dieses Stativ entwickelt, indem wir halt hier umlegbare Füße gemacht haben, das Rohr zum Durchstecken hier. Was Besonderes war die Entwicklung dieses Gelenkes hier. Wir haben dieses Gelenk auch oft wieder dann verändert, wieder andere gebaut, aber es ist einfach Standard geworden. Und dieses Stativ hat den Namen 210-2. Eigentlich kann man das als Handelsware, Kaffen 210-2 bezeichnen dann da. Ein Highlight für die Mikrofonständer waren die Beatles. Als die Beatles kamen, die da rumgehüpft sind, als die mit Mikrofonständern rum, danach ging es mit Mikrofonstativen deutlich beherf.